Es gibt einen Schalter. Wenn Sie ihn umlegen, stirbt die Hälfte der Weltbevölkerung. Legen Sie ihn nicht um, ist in 100 Jahren die menschliche Spezies ausgelöscht. Sie sind der Menschheit letzte Hoffnung. Sie haben von mir einen Pfad. Den schwersten von allen. Inferno markiert das Ende. Sobrist. Amerikanischer Milliardär. Er hat gesagt, jemand musste Maßnahmen ergreifen. Er hat diese Karte hinterlassen. Ist das so was wie ein Puzzle? Suche und finde. Sobrist hat eine Seuche erschaffen. Wissen Sie, wie viele Regierungen so eine Seuche haben wollen? Und was sie dafür tun würden? Ohne Professor Lenken findet niemand das Virus. Vertrauen Sie niemandem. Es geht um Menschenleben. Ich will nur wissen, ob ich auf der richtigen Seite stehe. Und los, schnapp ihn! Jetzt ist die Zeit. Heute ist unsere Wiedergeburt. Nein, aber aber nicht. Die Zeit. Und wenn nicht mehr sie über die Zeit, Das ist die Zeit. Le durfte das Virus. Vielen Dank.